Stellen Sie sich vor, Ihr Automat ist minimal und keiner glaubt Ihnen. So geht es uns zurzeit. Wir haben eine wunderbare Konstruktion angegeben, die auch relativ aufwendig war. Zunächst mussten wir die unerreichbaren Zustände entfernen, anschließend noch einen Quotientenautomaten konstruieren. Und das, was wir dabei erhalten haben, da sind wir uns ziemlich sicher, ist doch der kleinste Automat, den man überhaupt angeben kann für die Sprache, mit der wir hier hantieren. Aber bisher haben wir keine stichhaltige Argumentation dafür, dass das wirklich stimmt. Und da wollen wir hin und dazu hatten wir schon einiges vorbereitet. Wir hatten über die New Road Rechtskonkurrenz gesprochen und schon einiges Interessantes daraus hergeleitet. Und mithilfe dieser Konstruktion können wir jetzt zum wichtigen Satz von Myhill und New Road fortschreiten. Ja, New Road kennen Sie schon, Annie, New Road, amerikanischer Informatiker, Mathematiker. John Myhill, ja, wieder ein Mann, war auch amerikanischer Mathematiker. Die haben daran gemeinsam gearbeitet, vor ewiger Zeit in den 1950er Jahren noch, ja, 58 ist dieses Resultat publiziert worden. Na gut, wir müssen irgendwie uns in die Gegenwart vorarbeiten und diese wichtigen Grundlagen legen. Okay, meinen Namen kennen Sie bereits, Markus Krötzsch, TU Dresden. Dies ist die Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten. Herzlich willkommen zurück. Ich beginne wieder mit einer kleinen Übersicht von Äquivalenzrelationen. Das haben Sie beim letzten Video schon so gesehen. Hier nochmal die drei verschiedenen Relationen, mit denen wir gearbeitet haben, weil einige davon kommen jetzt wieder vor. Insbesondere rufen Sie sich nochmal in Erinnerung, was wir über die New Road Rechtskonkurrenz gesagt hatten. Was war das gleich? Halten Sie das Video mal an, denken Sie nochmal darüber nach, hier steht alles. Und natürlich dann die DFA-Äquivalenz, diese Präfix-Äquivalenz, die ich hier geschrieben habe. Beides sind Relationen über Wörtern. Das eine kommt aus der Sprache, das andere aus einem spezifischen Automaten, der diese Sprache meinetwegen akzeptieren könnte. Und das hatten wir schon beides genutzt. Und in Beziehung gesetzt. Aber es wird auch nochmal vorkommen in dieser Vorlesung. Und was wir jetzt zeigen wollen, ist also, dass das Resultat, was wir im letzten Video schon gezeigt hatten, nämlich, dass jede reguläre Sprache eine New Road-Konkurrenz von endlichem Index hat, noch verstärkt werden kann. Und das ist eben dieser berühmte Satz von Michael und New Road, der besagt, eine Sprache ist genau dann regulär, wenn diese Konkurrenz endlich viele Äquivalenzklassen hat. Also das ist jetzt die Verstärkung der Implikation, die wir bisher hatten. Wir haben bisher nur gezeigt, wenn regulär, dann endlich. Und hier steckt auch noch die Rückrichtung drin. Wenn endlich, dann regulär. Und das ist vielleicht die interessantere Richtung, denn sie sagt uns, wenn wir allgemein die Sprache anschauen und aus dieser Sprache ableiten können, erkennen können, dass dieser Index endlich ist, dann muss es auch irgendeinen Automaten geben, der die Sprache erkennt. Auch wenn wir bis dahin überhaupt keine Möglichkeit, vielleicht gesehen haben, so einen Automaten zu konstruieren, dann muss es denen irgendwie gehen. Und wir werden jetzt sehen, dass man diesen Automaten auch konkret herleiten kann, aus der allgemeinen Analyse der Sprache. Okay, also wie schon gesagt, im vorigen Video habe ich Ihnen die eine Richtung dieser Aussage schon gezeigt. Und was jetzt offen ist, ist die andere Richtung. Und ich werde die beweisen, indem ich Ihnen nicht nur zeige, dass die Sprache regulär ist, dass es also einen Automaten zum Beispiel für Sie gibt, sondern ich werde Ihnen konkret diesen Automaten konstruieren. Und dieser Automat, den ich hier konstruiere, wird ML heißen. Ja, der Automat für die Sprache L, mit der wir beginnen. Also wir nehmen an, die Sprache L hat endlich viele Äquivalenzklassen und jetzt möchte ich mir einen Automaten definieren. Wie könnte das gehen? Naja, die Ähnlichkeit der Äquivalenzklassen ist schon ein Hinweis. Genauso ist ein Hinweis die Ähnlichkeit zu den anderen Relationen, Äquivalenzrelationen, die wir schon angeschaut haben. Ja, besonders die letzte, diese Präfix-Äquivalenz, basierte ja darauf, auch in der Ähnlichkeit ihres Indexes, dass wir einen Automaten haben, der nur endlich viele Zustände hat. Und deshalb musste der Index endlich sein, denn jede Äquivalenzklasse dieser Relation, dieser Automatenpräfix-Äquivalenz, entsprach einem Zustand, einem erreichbaren Zustand des Automaten. Äquivalenzklassen entsprechen Zuständen. Das ist die entscheidende Idee. Das werden wir jetzt in die andere Richtung auch so anwenden. Wir starten von unserer New Road-Konkurrenz und nehmen deren Äquivalenzklassen als Zustände. Und das ist das, was hier im gelben Kasten erklärt ist. Ich definiere mir einen Automaten, dessen Bestimmungsstücke ich jetzt ganz herkömmlich benenne, Q-Sigma, Delta, Q-Null und F. Und wie folgt definiere. Die Menge der Zustände dieses Automaten ist die Menge der Äquivalenzklassen. Und diese Menge ist endlich, auch wenn es unendlich viele Wörter gibt, gibt es nur endlich viele Klassen. Mit anderen Worten, mindestens eine der Klassen muss unendlich groß sein, muss unendlich viele Wörter enthalten. Sonst wäre das unmöglich, klar. Kann aber auch sein, dass mehrere unendlich viele Wörter enthalten. Das ist natürlich kein Problem. Okay. Das sind meine Zustände, die Äquivalenzklassen. Was ist der Startzustand? Startzustand ist einfach die Äquivalenzklasse des leeren Wortes. Auch das sollte relativ intuitiv sein. Ja, im Startzustand akzeptiere ich genau die Dinge, die man noch akzeptieren kann, wenn man bis dahin nichts gelesen hat, wenn man nur das leere Wort gesehen hat. Diese Äquivalenzklasse kann mehr als einen Zustand enthalten, mehr als ein Wort enthalten. Es könnte noch andere Wörter geben, die sich im Prinzip so verhalten, als hätte man bis dahin gar nichts eingelesen. Zum Beispiel könnte ich mit dem Automaten, über den ich momentan erst noch nachdenke, im Kreis gegangen sein und wieder zum Startzustand zurückgekommen sein. Dann kann ich von da ab wieder die gleichen Suffixe anhängen. Genau. Okay. Aber Epsilon ist sicherlich eines der Wörter, oder das Wort, was den Startzustand markieren sollte. Endzustand, auch analog, ähnliche Ideen, sind all diese Äquivalenzklassen, bei denen der Vertreter das Wort selbst in der Sprache liegt. Wenn ich ein Wort in der Sprache habe und dort schon angelangt bin, dann ist das für mich ein Endzustand. Und die Übergangsrelation ist auch sehr einfach. Ich kann von einer Äquivalenzklasse, die einen Vertreter W hat, mit einem zusätzlichen Zeichen A in die Äquivalenzklasse kommen, die den Vertreter W A hat. Und jetzt müssen wir wieder überlegen, das steht hier ganz klein unter dem Kasten, ob das wirklich eine Definition ist oder ob hier irgendwas Widersprüchliches passiert, weil wir ja mit Vertretern arbeiten und es ja denkbar wäre, dass für verschiedene Vertreter verschiedene Ergebnisse hier stehen, dann wäre es keine gute Definition. Aber es ist leicht zu sehen, nach dem, was wir alles schon wissen, dass das nicht der Fall ist. Insbesondere ist es so, wenn zwei Wörter äquivalent sind in der Neurod-Konkurrenz, dann ist auch jedes Wort, was man aus denen bilden kann, indem man noch ein Symbol anhängt, äquivalent zu dem Wort, was man durch das andere Wort, durch das gleiche Anhängen eines Symbols A erhält. Also die Verlängerungen äquivalenter Wörter sind ebenfalls äquivalent. Und deshalb wird man unabhängig davon, welchen Vertreter man hier gewählt hat, immer in die gleiche Äquivalenzklasse kommen. Bei Endzuständen ist es so ähnlich. Okay, also das heißt, auch diese Definition ist okay, kann man so schreiben und ist hoffentlich nicht völlig überraschend, aber wie genau die funktioniert und wieso das so klappt, das folgt vielleicht am besten noch eher, wenn man sich die Eigenschaften näher anschaut und ein paar von den Beweisen, die wir noch machen werden, durchdenkt. Okay. Das also die Konstruktion. Und die Konstruktion ist ja bei so einem Beweis oftmals schon der größte Teil. Wenn man einmal weiß, wie man es macht, dann muss man nur noch zeigen, dass das, was man da macht, auch richtig ist. Das ist meistens ein bisschen leichter, als die initiale Idee zu haben, dass das genau das ist, was man tun kann. Okay. Und so wird es auch hier sein. Zu zeigen, dass das jetzt stimmt, ist nicht so besonders schwierig. Also mit Stimmen meine ich natürlich, dass der Automat, den ich so definiere, wirklich die richtige Sprache akzeptiert, nämlich die Sprache, von der wir ausgegangen sind, als wir die Konkurrenz berechnet haben. Okay. Und ja, das mache ich wieder, indem ich die Gleichheit dieser beiden Mengen von Wörtern zeige, indem ich ein beliebiges Wort betrachte und zeige, dass es in der einen Sprache genau dann ist, genau dann ist, wenn es auch in der anderen Sprache ist. Und ich fange hier mal von rechts an. Also ich sage jetzt hier, das Wort W ist in der Sprache L von diesem Automaten, den wir gerade konstruiert haben. Genau dann, wenn man vom Startzustand bei Einlesen von W zu einem Endzustand kommt. Das ist einfach die Definition. So fangen wir meistens an bei solchen Beweisen. Das kennen Sie schon. Jetzt können wir natürlich hier ersetzen, was unsere Definition gerade gesagt hat. Q0, der Startzustand, der war ja in unserem speziellen Fall Epsilon. Also die Äquivalenzklasse von Epsilon, sollte ich sagen. Das heißt, das ist jetzt erstmal nur Ersetzung von gleichen Dingen in der Schreibung. Da ist jetzt noch nichts Interessantes passiert. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken. Was steht hier? Es steht da, das ist die Übergangsfunktion dieses konstruierten Automaten, wenn man beginnt mit der Klasse für Epsilon und dann W einliest. Was kriegt man dann denn, wenn man von Epsilon aus W einliest? Für kürzere Wörter wissen wir das doch schon, oder? Gehen wir mal kurz zurück hier. So hatte ich das gerade definiert. Hier steht ja für ein Wort A, wenn ich A einlese, bekomme ich die Äquivalenzklasse von W A. Das heißt, wenn hier Epsilon stünde und ich würde A einlesen, dann würde ich in die Äquivalenzklasse von A kommen. Wenn ich dann ein B lese, komme ich von A weiter nach AB. Wenn ich dann ein C lese, komme ich nach ABC. Mit anderen Worten, ich komme tatsächlich in die Äquivalenzklasse, die genau dieselbe, die ein Repräsentant hat, der genau der Buchstabenfolge entspricht, die ich vorher eingelesen habe. Mit anderen Worten, wenn ich von Epsilon aus W einlese, dann komme ich in die Äquivalenzklasse von W. Das kann man auch förmlich zeigen. Ich habe es jetzt gerade argumentiert, indem ich einfach mal ein paar Schritte gegangen bin. Wenn man das förmlich zeigt, wäre das eine Induktion. Können Sie auch gerne mal aufschreiben. Ist eine nette kleine Übung. Ich hoffe, Sie glauben mir das auch so schon. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt gezeigt, dass das Wort in der Sprache des Automaten liegt, genau dann, wenn die Äquivalenzklasse dieses Wortes in der Menge der Endzustände des Automaten liegt. Und jetzt können wir uns überlegen, wie wir denn diese Menge f von Endzuständen eigentlich definiert hatten. Und da fällt uns auf, dass das natürlich genau die Menge der Äquivalenzklassen ist, deren Vertreter ein Wort der Sprache L war. Und das heißt, das gilt genau dann, wenn W dieser Vertreter in L liegt. Und hier muss man wieder aufpassen, damit das wirklich genau dann, wenn wird, also von unten nach oben genauso gelesen werden kann, wie von oben nach unten, braucht man wirklich die Unabhängigkeit vom Vertreter hier. Also diese Verträglichkeit mit der Endzustandsmenge ist hier genauso wichtig, wie die Verträglichkeit mit dem Übergang. Okay, gut. Und das ist es schon. Sie sehen es hier, QED. Damit endet dieser berühmte Beweis. So kann man unsterblich werden in der Informatik, wenn man natürlich der Erste ist, dem das auffällt und das Ganze vor 70 Jahren schon geschafft hat, als noch wenig bekannt war über diese Dinge und das alles Neuland war. Okay, gut. Damit haben wir erst mal gezeigt, noch nicht, dass dieser Automat minimal ist, aber wir haben gezeigt, dass wir einen Automaten finden können, wenn die New Road Konkurrenz endlich ist. Und damit ist die Behauptung des Satzes von Michael und New Road schon mal gezeigt. Schauen wir uns mal noch ein bisschen am praktischen Beispiel an, damit wir es noch mal sehen. Ich habe hier eine Sprache, die ich ganz vage definiere, sage ich mal, oder naja, vage ist nicht exakt, ist es trotzdem, aber ich definiere sie wirklich nur, indem ich beschreibe, wie die Wörter aussehen. Und zwar ist das die Sprache L. Die besteht aus allen Wörtern W, sodass W kein Infix AB enthält. Also die Zeichenfolge AB darf nicht vorkommen. Und ich möchte diese Sprache betrachten über dem Alphabet ABC. Okay, und jetzt möchten wir einen Automaten finden für diese Sprache. Hoffentlich. Ja, könnte auch sein, sie hat unendlich viele Äquivalenzklassen, dann wird das nicht funktionieren auf diese Art. Aber das wollen wir sehen. Wie machen wir das? Als erstes müssen wir die New Road Konkurrenz Relation berechnen, beziehungsweise die entsprechenden Klassen berechnen. Und das hatte ich schon vorher am Beispiel gemacht, vor zwei Videos. Aber hier ist es noch ein bisschen systematischer, jetzt mit einer Tabelle, in der man gut sieht, welche Teile man sich der Reihe nach am besten überlegt. Wir beginnen, wir müssen ja für jedes Wort eine Klasse finden. Also jedes Wort ist in irgendeiner Klasse drin. Und das heißt, wir können systematisch die Wörter durchgehen und überlegen, wie die Klasse aussieht, die dieses eine Wort definiert. Und dann sehen, welche anderen Wörter wir damit erfassen. Und dabei fangen wir an mit dem einfachsten möglichen Wort, dem Wort Epsilon, dem leeren Wort. Okay. Die Klasse Epsilon oder die Klasse mit dem Vertreter Epsilon ist jetzt unter Umständen natürlich kein einelementige Menge. Da könnten noch mehr Wörter drinstecken. Aber um dahin zu gelangen, überlegen wir uns am besten zuerst, welche Suffixe nach Epsilon in dem Fall folgen können, sodass man dadurch in der Sprache landet. Diese Menge von Suffixen ist immer ein guter Zwischenschritt, um zu verstehen, wie diese Klasse aussieht. Was könnte nach Epsilon folgen, sodass man letztlich in der Sprache landet? Naja, es ist nicht umsonst der Startzustand in der Konstruktion. Nach Epsilon kann natürlich genau jedes Wort der Sprache folgen. Also an Epsilon können Sie genau die Wörter aus L anhängen und dann haben Sie ein Wort aus L. Nämlich das Wort selbst. Okay, das sind also die erlaubten Suffixe. Und jetzt, nachdem wir wissen, was man anhängen darf, fragen wir uns, gibt es noch andere Wörter außer Epsilon, an die man ein beliebiges Wort der Sprache anhängen könnte und dann noch in der Sprache landet? Da überlegen wir mal. Die Sprache besteht aus den Wörtern, die kein AB enthalten. Das heißt schon mal, wenn wir etwas anhängen wollen und dann in der Sprache bleiben wollen oder sein wollen, dann sollte das Wort zumindest mal noch kein AB enthalten. Das heißt also, in der Klasse von Epsilon können nur Wörter sein, die auch in der Sprache liegen. Ein Wort, was nicht in der Sprache liegt, das hat schon ein AB irgendwo und da können wir anhängen, was wir wollen. Das wird niemals wieder in die Sprache kommen. Okay, das heißt, Wörter, die schon in der Sprache sind, wären hier Kandidaten. Ist jedes Wort, was schon in der Sprache ist, konkurrent zu Epsilon? Kann man an jedes Wort in der Sprache, jedes andere Wort in der Sprache anhängen und dann immer noch ein Wort in der Sprache haben? Natürlich nicht. Dann gibt es ein kleines Problem. Es darf in dem zusammengesetzten Wort ja nirgends AB vorkommen. Dafür ist wichtig, dass im ersten Teil kein AB vorkommt. Dafür ist wichtig, dass im zweiten Teil kein AB vorkommt. Und dafür ist zum dritten wichtig, dass bei der Zusammensetzung nicht genau an der Schnittstelle ein AB entsteht. Und diese Gefahr besteht immer dann, wenn das erste Wort auf A endet. Denn dann könnte ein zweites Wort mit B beginnen und wir hätten ein AB. Und obwohl A für sich genommen in der Sprache ist und B für sich genommen in der Sprache, würde die Zusammensetzung nicht mehr in der Sprache sein. Das heißt, die Wörter, die konkurrent sind zu Epsilon, die also mit jedem Wort der Sprache verträglich sind, sind nur die Wörter, die in der Sprache sind und nicht auf A enden. Wenn sie auf A enden, dann müssen wir hier stärker einschränken. Okay. Damit haben wir jetzt also berechnet, was diese Äquivalenzklasse ist oder diese Konkurrenzklasse ist. Das ist gleich. Und haben alle Wörter dieser Form abgedeckt. Das heißt, wir müssen als nächstes mit einem Wort weitermachen, welches noch nicht in dieser Klasse vorkommt. Sonst erhalten wir nur wieder die gleiche Klasse. Wörter, die nicht auf A enden, sind alle schon abgedeckt, zumindest sofern sie in L sind. Nehmen wir mal ein möglichst einfaches Wort, was hier nicht drin ist. Genau das Wort, was nur aus dem einfachen Buchstaben A besteht. Dieses Wort endet auf A, kann also nicht hier drin sein, ist aber ansonsten in der Sprache. Was darf man an dieses Wort anhängen, wenn man weiterhin in der Sprache bleiben will? Nur Wörter, die in der Sprache sind natürlich. Sonst ist man schon von vornherein raus. Aber es darf auch kein Wort sein, das mit B beginnt, denn sonst hat man AB erzeugt. Das heißt, die erlaubten Suffixe sind genau die Wörter der Sprache, die nicht mit B beginnen. Okay. Hm. Gut. Und jetzt überlegen wir uns wieder, für welche weiteren Wörter das gilt, dass man genau diese Suffixe anhängen kann, um in der Sprache zu bleiben. Und alles andere, was man anhängen könnte, würde einen rausbringen aus der Sprache. Na ja, das ist schon ein starker Hinweis, denn warum würde ich denn verbieten, dass man mit B beginnt? Das kann ja eigentlich nur den Grund haben, dass das Wort, was am Anfang steht, auf A endet. Das heißt, wir haben hier, konkurrent zu A selbst, alle Wörter, die erstens in der Sprache sind, zweitens auf A enden. Das ist also diese Menge, V Element L, so dass V auf A endet. Und da sehen wir jetzt schon, mit diesen beiden Mengen haben wir jetzt schon L komplett abgedeckt. Wir haben aber noch nicht alle Wörter abgedeckt. Es gibt ja noch mehr Wörter, nämlich die, die nicht in L sind. Das heißt, wir können jetzt mal ein möglichst einfaches Wort wählen, was noch nicht abgedeckt ist, was nicht in L vorkommt. Was ist das einfachste, kürzeste Wort, was nicht in L vorkommt? Natürlich das Wort AB, was aus diesem verbotenen Infix besteht. Was ist jetzt die Konkurrenzklasse davon? Naja, was kann man als Zufix anhängen, um ein Wort in L zu erhalten? In diesem Fall, bei dieser spezifischen Sprache, keines. Es gibt keine Möglichkeit, zurück nach L zu gelangen. Wenn man einmal das verbotene Infix hat, dann hat man es eben und es wird durch Anhängen von weiteren Wortteilen nicht wieder weggehen. Das heißt, diese Menge hier ist leer, die Menge der erlaubten Suffixe und jetzt können wir uns fragen, welche Wörter haben die Eigenschaft, dass man nichts anhängen kann, um wieder zurück in die Sprache zu gelangen. Das sind natürlich genau die Wörter, die nicht in der Sprache sind, die schon etwas Verbotenes enthalten. Die haben alle diese Eigenschaft, nicht nur das kurze AB hier. Okay, und jetzt sehen wir, das ist eine Partitionierung aller Wörter. Jedes Wort aus ABC liegt in einer dieser drei Mengen und das heißt, wir sind fertig. Mehr Konkurrenzklassen kann es nicht geben. Es ist ja schon jedes Wort verarztet. Alles klar. Das heißt, jetzt können wir die Konstruktion des Automaten angehen, den wir besprochen haben. Die drei Zustände des Automaten stehen schon hier vor uns. Wir können sie uns jetzt als Zustände zeichnen. Es ist auch schon klar, welches der Startzustand ist. Das ist immer die Klasse von Epsilon und die anderen beiden zeichne ich daneben. Als nächstes können wir uns überlegen, was sind die Endzustände? Endzustände sind alle Zustände, deren Vertreter ein Wort in der Sprache ist. Und da ist es jetzt egal, wie Sie berechnet haben. Vielleicht haben Sie mit einem anderen Wort hier angefangen, wenn Sie nicht das kürzeste gefunden haben und haben einen anderen Vertreter aufgeschrieben. Aber es ist unerheblich. Der Vertreter ändert nichts daran. Wenn ein Vertreter in der Sprache liegt, dann müssen alle in der Sprache liegen. Können sich auch leicht überlegen, weil das sind dann Wörter, bei denen man Epsilon anhängen kann, um in die Sprache zu kommen. Und das muss natürlich für alle gleich sein, wenn Sie in einer Klasse sind. Okay, in unserem Fall haben wir diese drei Vertreter und wir können uns jetzt leicht überlegen, welche davon in der Sprache liegen, nämlich Epsilon und A, während A, B nicht drin liegt. Das heißt, Epsilon und A liefern uns Endzustände. Gut, das heißt, wir haben diese beiden Endzustände und jetzt fehlen noch die Übergänge. Einige Übergänge sind ganz einfach. Nach der Definition, schon auf syntaktischer Ebene, wie wir sie gesehen haben, vor diesen Automaten. Wenn ich nämlich hier an Epsilon ein A anhänge, dann komme ich natürlich zu A. Und wenn ich an A ein B anhänge, dann komme ich natürlich zu AB. Soweit, so klar. Aber was passiert jetzt mit den anderen Übergängen? Wir wollen einen totalen DFA. Das heißt, hier fehlt noch ein bisschen was. Machen wir mal bei dem mittleren Zustand weiter. Was würde denn hier passieren, wenn ich ein A anhänge? Wenn ich ein A anhänge, dann erhalte ich aus, komme ich von der Äquivalenzklasse von A zur Äquivalenzklasse von AA. Was ist denn die Äquivalenzklasse von AA? Da gucken wir hier nach in unserer Tabelle. In welcher Menge liegt das Wort AA? Naja, es liegt in der Menge der Wörter, die in der Sprache sind und auf A enden. Und die passende Klasse dazu ist wieder A. Das heißt, für den Übergang A bleiben wir im mittleren Zustand. Der Übergang C, den gibt es natürlich auch noch. Nicht vergessen, das C kam bisher nicht sehr viel vor, aber das ist in unserem Alphabet enthalten. Da müssen wir jetzt auch irgendwas machen. Was passiert, wenn man von A aus C liest? Dann erhält man das Wort AC. AC ist ein Wort in der Sprache, das nicht auf A endet. Das heißt, die entsprechende Klasse ist die Epsilonklasse. Ich muss zurück zu Epsilon. In Epsilon, wenn ich B oder C, das fehlt nämlich noch hier lese, dann erhalte ich die Wörter B oder C, die beide in der Sprache liegen und nicht auf A enden. Das heißt, ich bleibe in Epsilon. Und bei diesem Zustand hier von AB ist es so, dass es egal ist, was ich anhänge. Ich werde immer in diesem Zustand bleiben. Man kann den sozusagen nicht mehr verlassen. Es ist schon einmal unmöglich, in die Sprache zurückzukehren. Das heißt, ich habe hier die Äquivalenzklassen von A, B, A, A, B, B und A, B, C, die alle, wie man leicht sieht, gleich sind zu dieser Äquivalenzklasse. Okay. Und das ist jetzt ein totaler Automat, ein totaler DFA und einer, der genau die Sprache erkennt, mit der wir hier angefangen haben. Okay. Das heißt, Sie haben jetzt gesehen, wie man systematisch aus einer reinen Sprachdefinition, ohne irgendeine Idee davon zu haben, wie man die algorithmisch umsetzen kann, ein Computerprogramm generiert, wenn Sie so wollen. Ich habe aus der Spezifikation einen Automaten erzeugt. Der Automat ließe sich jetzt unmittelbar implementieren, interpretieren, wie auch immer, simulieren, wenn Sie wollen. Und das heißt, wir sind von einer allgemeinen Idee, von einer allgemeinen Beschreibung des Problems zu einem ausführbaren Programm gekommen, was ja irgendwie eine tolle Sache ist. Geht leider nicht immer so in der Informatik, aber bei diesen einfachen Sprachen funktioniert das. Okay. Gut. Damit haben wir jetzt schon eine Menge erkannt. Ich möchte noch zwei oder eine Kleinigkeit machen in diesem Video, nämlich ich möchte Ihnen noch zeigen, dass der Automat, den wir so konstruieren, wirklich minimal ist, in dem Sinne, dass er die kleinstmögliche Anzahl an Zuständen hat. Und dafür überlegen wir uns erst mal, was wir jetzt schon erkannt haben. Naja, für reguläre Sprachen L haben wir schon erkannt, dass das überhaupt ein Automat ist, dass er endlich viele Zustände hat, ML, und dass er die richtige Sprache erkennt. Das haben wir schon bewiesen. Jetzt soll der Minimalautomat in Bezug gebracht werden und dafür behaupte ich, dass dieser konstruierte Automat ML unter allen totalen DFAs, die die Sprache L erkennen, die minimale Anzahl von Zuständen hat. Weniger geht nicht. Okay. Können wir das beweisen? Können wir. Und das, wie Sie sehen, ist auch nicht sehr lang. Vier Zeilen. Wie geht das? Jetzt kommt unsere Automaten-Präfix-Äquivalenz, die wir aus einem Automaten hergeleitet haben ins Spiel. Erinnern Sie sich, wie die funktioniert hat? Zwei Wörter sind äquivalent, wenn man bei Einlesen dieser Wörter im gleichen Zustand landet, mit dem Automaten M. Und wir wissen jetzt schon, dass für einen beliebigen Automaten M, der die Sprache L erkennt, gilt, dass diese Präfix-Äquivalenz, wenn ich sie mal so nennen kann, eine Teilmenge ist der Neurode-Konkurrenz. Das haben wir beim letzten Mal im Video gesehen, als wir zeigen wollten, dass die Neurode-Konkurrenz für reguläre Sprachen nur endlich viele Äquivalenzklassen hat. Da haben wir das genutzt. Daraus haben wir dann nämlich gefolgert, dass die Zahl der Neurode-Konkurrenz-Äquivalenzklassen kleiner gleich ist der Anzahl der erreichbaren Zustände von M. Also die Anzahl der erreichbaren Zustände von M ist kleiner gleich der Anzahl der Äquivalenzklassen in dieser Präfix-Äquivalenz-Relation und das wiederum ist eine Zahl, die größer ist oder gleich ist zur Zahl der Äquivalenzklassen in der Neurode-Konkurrenz. Dadurch entsteht dieser Fluss. Okay, aber wenn nun die Zahl der Neurode-Konkurrenzklassen kleiner gleich ist der Anzahl der Zustände von M für einen beliebigen Automaten M, ist das ja schon so eine Art Minimalaussage, ja. Und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist die Beobachtung, dass die Zahl dieser Äquivalenzklassen ja genau die Anzahl der Zustände in diesem ML-Automaten ist. Weil wir haben die Äquivalenzklassen einfach als Zustände verwendet. Das heißt, der hat genauso viele Zustände, wie es Äquivalenzklassen in der Neurode-Konkurrenz gibt. Und wir wissen, dass für einen beliebigen Automaten, der die gleiche Sprache erkennt, es mindestens genauso viele erreichbare Zustände geben muss, wie das. Möglicherweise mehr. Okay, das ist schon alles. Das ist die Minimalität. So leicht kann das gehen. Sie sehen, wir verwenden hier eine Menge Werkzeuge mit diesen verschiedenen Relationen und ihren Zusammenhängen. Und da muss man aufpassen, dass man sich nicht allzu sehr verwirren lässt. Aber es ist auch sehr bequem. Man hat diese Werkzeuge einmal da und dann kann man relativ wichtige Ergebnisse mit sehr wenig Argumenten etablieren. Okay, gut. Es fehlt noch eine kleine Zusammenfassung am Ende, die wir noch geben können zu diesem Thema. Das können wir uns hier mal anschauen. Jetzt noch mal weitere Eigenschaften von ML. Wir haben zwei schon gerade gesehen. Die sind die gleichen wie vorher. Zusätzlich weiß ich jetzt noch oder merke ich hier noch an, jeder Zustand dieses Automaten-ML ist vom Startzustand aus erreichbar. Und das gilt einfach wegen der Eigenschaft, die wir vorhin schon benutzt haben, um die Korrektheit zu zeigen. Nämlich, dass man, wenn man vom Startzustand aus ein Wort einliest, immer genau in der Äquivalenzklasse dieses Wortes landet. Und da die Zustände lediglich Äquivalenzklassen verschiedener Wörter sind, ist jeder dieser Zustände auch erreichbar. Man nimmt einfach einen Vertreter und liest ihn ein, kommt man genau dahin. Und die vierte Eigenschaft, die ich hier noch notiere, ist, dass die Neurod-Konkurrenz genau gleich ist der Präfix-Äquivalenz für diesen speziellen Automaten. Das ist etwas, was hoffentlich nicht total überraschend ist, nach dem Beweis, den ich gerade gezeigt habe, in dem ich argumentiert habe, dass es der kleinste Automat ist, auch wegen dieser Beziehung zur Präfix-Reaktion bei anderen Automaten. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir das noch gar nicht ganz gezeigt. Da fehlt eigentlich auch noch ein kleiner Beweis dazu, den ich hier auch noch anfüge. Bisher wissen wir natürlich eigentlich nur, dass diese Präfix-Äquivalenz, wie bei allen Automaten, enthalten sein muss in der Neurod-Konkurrenz. Das wissen wir. Und was noch fehlt, ist die Umkehrung. Und das ist ganz einfach zu zeigen. Wir nehmen einfach an, wir haben ein Paar auf der Seite von Neurod und zeigen dann, dass dieses Paar auch Äquivalent sein muss bezüglich dieser Präfix-Äquivalenz in diesem speziellen Automaten. Also wir nehmen an, UV sind zwei Wörter, die Neurod-Konkurrenz sind zueinander. Dann weiß ich bezüglich ML, dass wenn ich vom Startzustand aus U einlese, dann komme ich in die Äquivalenzklasse von U. Das, was hier oben schon zur Erinnerung nochmal stand, was wir vorher schon genutzt hatten. Weil U und V Konkurrenz sind, weiß ich aber, dass die Äquivalenzklassen dieser beiden Vertreter die gleiche Menge beschreiben. U, die Klasse von U ist gleich der Klasse von V, das ist der gleiche Zustand. Und das ist natürlich wiederum diese Klasse von V, der Zustand, in den ich komme, wenn ich vom Startzustand aus V einlese. Also mit anderen Worten, wenn ich V oder U einlese, gelange ich genau zum gleichen Zustand in diesem ML-Automaten. Und das ist ja die Definition davon, dass U Äquivalent ist zu V in dieser Präfige-Äquivalenz. Und das heißt, ich habe dann diese Richtung auch gezeigt und dadurch bekomme ich die Gleichheit. Okay, gut. Das war's. Damit schließe ich jetzt dieses Video ab. Es fehlen immer noch ein paar Dinge, damit wir völlig zufrieden sein können mit dem, was wir über minimale Automaten wissen. Wir haben zumindest schon eine sehr schöne Charakterisierung von regulären Sprachen gehört über Myhill und New Road, die uns sagen, wie genau man anhand der Eigenschaften dieser New Road-Konkurrenz erkennen kann, ob eine gegebene Sprache regulär ist oder eben nicht. Und wir haben gesehen, dass der Automat, den wir auf diese Art konstruieren können, minimal ist. Was jetzt noch fehlt, ist zu zeigen, dass der reduzierte Automat, Sie erinnern sich vor vielen Videos, den ich Ihnen angegeben habe, wo wir die Quotientenrechnung machen, dass der wirklich so ein minimaler Automat ist oder ich sollte vielleicht lieber sagen, dass der genau der gleiche Automat ist, den wir jetzt gerade in Form von einem ML hier produziert haben. Das fehlt noch und das kommt dann im nächsten Video und dann haben wir mal genug gemacht mit minimalen Automaten und schauen uns noch ein paar andere Themen an. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. und dann geht's, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.